Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Conexiles Mods kurz vorgestellt. Heute geht es um einen sehr speziellen Gegenstand und eine sehr spezielle Funktion. Und zwar geht es um einen Gegenstand, den wir für die Mitarbeiterbewerbungsgespräche benötigen, den ich euch da vorstellen muss. Und da muss ich ein bisschen dazu ausholen, weil es eigentlich andersrum, wenn ich Mitarbeiterbewerbungsgespräche führe, dann meistens mit dem Love-Tab, mit dem Liebesknüppel. Und warum, das kann ich euch gleich sehen. Ich habe hier schon zwei Übungsgespräche geführt. Die sind noch, die schlafen noch ein bisschen. Ja, okay. Bin ich im, nein, ich gehe mal ganz kurz im Kreativmodus, damit ich nicht gleich loslegen muss. Und dann gehen wir hier ins Artmenü, holen uns einen neuen Mitbewerber oder einen neuen Bewerber, mit dem wir uns gleich unterhalten werden. Hier, das ist ein Kollege, auch interessant. Das ist der dritte, der Berserker, den ich spawne und der eine Einhandwaffe hat. In der freien Wildbahn haben die ja meistens zwei Handwaffen. So, ich bin meistens mit dem Love-Tab unterwegs. Warum? Das zeige ich euch gleich. Ich gehe mal hier aus dem Kreativmodus raus. So, genau. Wir wollen uns unterhalten. Das eine ist, die Reichweite vom Love-Tab und der Love-Tab verhält sich wie eine, der Liebesknüppel verhält sich wie eine ganz normale Maze. Ja, ihr seht das. So, das gehen wir kurz hier raus. Das heißt, meine Bewegungsabläufe, die ich bin eh nicht so geschickt mit der Maze, mit der Keule, das kommt mir sehr entgegen. Das eine ist, dass ich den Gegner eben niederschmettern kann zum Beispiel oder eben auch, wie gesagt, die Reichweite. Wenn wir mit einem normalen Knüppel arbeiten, müssen wir näher an die Gegner ran. Und wenn man jetzt nicht so der Virtuose an der Tastatur ist wie ich, dann ist das durchaus, sag ich mal, bei Gegnern wie die Berserker, die einem richtig wehtun können, ist das schon ein Thema. Das heißt, man muss sehr nah ran. Das heißt, auch der Wegrollen zum Beispiel oder das aus dem Gefahrenbereich sich rausbegeben, muss ich auf jeden Fall gut timen, damit ich, wenn er mit einer Zweihandwaffe unterwegs ist, mich nicht doch noch erwischt. Also von daher, das ist das, was für mich den Liebesknüppel, sag ich mal, als mein bevorzugtes Werkzeug betrifft. Ich weiß, die Theth-Keule zum Beispiel hat deutlich höheren Betäubungsschaden. Dann gibt es die verbesserte Stahlkeule, wie die heißt, die man auch dann selber herstellen kann, wo man das Rezept lernen kann. Die sind alle besser wie der Liebesknüppel, aber sie kommen meinem Spielstil nicht entgegen. Andersrum, ich habe da einfach meine Schwierigkeiten mit denen. Und wie gesagt, ich muss sehr nah an den Gegner ran. Das ist das, was mich stört. Und auch die Schlagfolge ist gleich. Ich habe dort... Egal. Es ist... Ich tue mir mit dem schwer. So. Es gibt jetzt eine Mod, die gucken wir uns hier gleich mal an. Die bringt einen neuen Gegenstand, halt... Ich habe es ja schon... Ich habe es ja schon hier. Einen neuen Gegenstand, nämlich ein Katana. Das sogenannte Sakabato. Diese Katana ist, wenn es stimmt, das ist wirklich ein traditionelles Übungsschwörter, glaube ich, hat die scharfe Seite an der Oberseite und die stumpfe Seite jetzt hier, wenn man sieht, hier vorne. Das heißt, wenn ich jemanden schlage, tue ich ihm nur weh. Ich verletze ihn nicht mit einer scharfen Klinge, sondern ich haue ihn eigentlich mit der stumpfen Seite. Und ihr seht, ich kann hier Concussion Damage, also Betäubungsschaden, austeilen. Ich gehe mal ganz kurz hier aus dem Modus raus und springe weg, damit er seinen Balken voll auffüllt. Oh, jetzt habe ich ja gerade Glück gehabt, dass er wieder zurück ist in seinen Käfig. Jetzt komm, beruhig dich. Und dann zeige ich euch auch mal hier, wenn ich einfach eine Sequenz durchgehe. Das ist ein sehr angenehmes Teil. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und rausrollen. Eins, oh, jetzt hat er einen durchgekriegt. Okay, das war jetzt nicht so toll, mein Beispiel. Aber ich kann hier recht schön zuschlagen. Ich stunne, ich habe eine recht kurze, schnelle Schlagfrequenz. Das ist schon mal ganz gut. Und ich kann natürlich auch den klassischen schweren Schlag durchführen, der dann, sag ich mal, auch etwas flächiger ist. Also alles in allem kommt das, ich gehe mal kurz raus, damit er sich wieder beruhigt. Alles in allem kommt mir dieses Werkzeug, diese Waffe sehr, sehr, sehr entgegen. Das eine ist, ich habe die Möglichkeit hier, den Gegner mit einer gewissen, auf eine gewisse Distanz schon zu schlagen. Ich muss nicht so nah an ihn ran, wie ich es mit einer regulären Keule müsste. Ich habe eine interessantere Schlagfolge, eben hier, wenn ich mit den leichten Schlägen zuschlage. Die klassischen, kurzen, schnellen Schläge. Ich muss bloß mal kurz gucken, da hat er sich wieder beruhigt. Ne? Ja. Die kurzen, schweren Schläge, äh, die kurzen Schläge. Und ich kann sie eben dann zum Beispiel auch kombinieren. Eins, zwei, drei und vier. Und rausrollen zum Beispiel. Also man kann, wenn man eh mit dem Katana einen Charakter hat, der mit dem Katana kämpft, ist das, was wir hier tun, eben genau das, was wir mit dem regulären Katana, wo wir einen Gegner erledigen wollen, eben auch tun. Das heißt, man muss sich nicht großartig umgewöhnen. Aber für mich persönlich einer der ganz großen Vorzüge von diesem Werkzeug ist, wirklich die Reichweite. Ich finde die sehr gut. Und, ähm, von daher bin ich, weil ich auf zwei Sorfer mit Katana spiele, nämlich auf, bei uns auf Raven iOS und Raven SW, beides Mal habe ich einen Katana-Charakter. Und da bin ich schon am überlegen, ob, würde sehr gut reinpassen, die Waffe. Und, äh, sie ist auch nicht übertrieben, was den Schaden angeht. Ihr seht, sie ist jetzt nicht besser wie zum Beispiel Liebesknüppel. Und der ist ja eh nicht das beste Werkzeug hier für Mitarbeitergespräche. Das heißt, die ist vom Balancing her, passt sie sehr, sehr gut in die bestehende Umgebung rein, ohne dass die jetzt alle anderen nutzlos macht. Sondern sie kommt einfach den Leuten entgegen, die sagen, ich will da ein Vorteil für mich drin, wenn ich die nutze. Und deswegen will ich die nutzen. Und alle, die sagen, nee, die Theft-Keule ist und bleibt für mich, kommt auch gut klar damit. Äh, immer noch die erste Wahl. Ja, gerne. Das ist genau, so soll der Conan sein. Das ist immer das, was ich sage. Jeder von uns war, durch das wir nicht PvP spielen, kann Conan spielen, wie er will. Es gibt faktisch kein Meta. Du musst mit der Rüstung und dieser Waffe rumlaufen und dieser Keule. Ansonsten machst du hier keinen Stich in dem Spiel. Das haben wir ja Gott sei Dank nicht. Und von daher passt es ganz gut. Ähm, was die Kosten angeht. Die Waffe kostet 22 Sternmetall und eine... Ein Waffengriff muss am verbesserten Schmiedewerkbank hergestellt werden. Hier, was sagt er? Da ist er. Ja, also 22 Sternmetall, ein Waffengriff gibt diesen Ding. Ich kann auf die Waffe ganz normal einen verbesserten Aufsatz für stumpfe Waffen drauf tun, um den Betäubungsschaden zu erhöhen. Also da verhält sich es wie eine normale Keule oder eben auch wieder Liebesknüppel. Also das passt alles. Für die... Fürs Erlernen muss ich... Und das ist das, wo ich ein bisschen schade finde. Aber da bin ich am Überlegen, ob ich vielleicht den Autor mal anhaue. Und zwar, was ich brauche. Initial ist die zweihändige Waffengeschichte. Die muss ich freigeschaltet haben. Wo sind wir hier? Zweihändisch episch. Ich muss das reguläre Katana freigeschaltet haben. Wo ist das reguläre Katana? Irgendwo in der Liste ist das reguläre da. Sternmetall-Katana. Das muss ich freigeschaltet haben. Das ist halt teuer. Das kostet mich 13. Das heißt, deswegen kommt es denen entgegen, sag ich mal, die eh mit einem Katana-Typ spielen. Und dann kann ich es freischalten und dann kostet es noch 5. Das ist für mich okay. Ihr wisst, ich bin ja sonst immer ein Fan, wenn hier diese Zusatzkosten, die über Mods rein, für Gegenstände, die über Mods rein kommen, niedrig sind. Auf der anderen Seite ist hier eine Funktionalität, also nicht nur ein Aussehen dahinter, nicht ein Skin, sondern eine durchdachte Funktionalität. Oder kann man das durchaus akzeptieren? Das heißt, wenn ich dann mit diesem Objekt arbeiten möchte. Und das wäre ja ähnlich, als wenn ich jetzt hier mit Stumpfe Waffenspeer, den ich übrigens auch relativ gut finde. Und ich finde es schade, dass es den nicht in einer höheren Kategorie gibt. Weil da habe ich ja genau dasselbe. Da habe ich eine relativ gute Range damit. Und von daher, wie gesagt, für mich persönlich passt es rein. Das eine ist, die Funktion passt. Es ist nicht overpowered, also nicht overpowered der Gegenstand. Ich finde, er passt in der Summe rein. Und das Einzige, wie gesagt, ist, man muss Punkte investieren, um einen weiteren Betäubungsgegenstand zu haben. Finde ich akzeptabel. Wir gehen mal ganz kurz nochmal auf die Seite hier. Die Mod ist von Ende letzten Jahres, Oktober 2023. Leider bisher keine, also es gibt wahrscheinlich auch kein Grund, sie zu aktualisieren. Wobei natürlich es mich beruhigt hätte, wenn diese Mod einfach nach dem letzten Update einfach hier auch nochmal durch den Updater gejagt worden wäre. Und was mich, die letzte Reaktion ist vom November. Es gab hier nochmal Fragen. Es gab dann im Februar keine Reaktion drauf. Das lässt ein bisschen vermuten, dass der Autor vielleicht hier diese Mod aus dem Fokus verloren hat. Ist es schlimm für mich? Für mich im Moment nicht. Warum? Weil sie genau in meine Lieblingskategorie reinpasst. Die Mod macht eine Sache. Die macht sie gut. Und wenn sie hier rumzieckt, fliegt sie raus. Weil sie bringt ein Gegenstand ins Spiel. Und wenn sie sich jetzt, warum auch immer, rausstellen würde, sie verträgt sich mit irgendeiner zukünftigen anderen Mod nicht, die ich in die Liste nehme. Oder, oder, oder. Oder nach dem nächsten Update, wenn das kommt, funktioniert sie nicht mehr, wie sie soll. Dann schmeiße ich sie raus. Das heißt, ich verliere 22 Stirnmetall und einen Waffengriff. Weil dann ist der Gegenstand nicht mehr bei mir existent. Und ich habe aber auch keine Probleme mehr. Also das gefällt mir sehr gut. Und wie gesagt, kommt meinem Spielstil sehr entgegen. Und auch meinem Wunsch sehr entgegen, wie Mods zu handhaben sind. Also von daher, von meiner Seite auf jeden Fall Daumen nach oben für diese Mod. Und ich bin am überlegen, ob ich sie in die Mod-Liste aufnehme. Und wird natürlich dann auch bei mir im Excite Lands dann, wenn ich sie aufnehme, auftauchen. Weil ich versuche, die, wo es Sinn macht, die Mod-Listen auf den drei Sorferen gleich zu halten. Ja, wenn euch die Mod-Vorstellung gefallen hat, kennt die Pettelei, kommt jetzt wieder. Seid so nett und gebt mir einen Daumen nach oben. Das freut mich immer. Aber natürlich auch gerne Kommentare schreiben. Da würde mich interessieren, ist das jetzt zum Beispiel, wo ihr sagt, Hier, nee, cool, das kommt mir auch entgegen. Diese Reichweite kommt mir entgegen. Der Bewegungsablauf ist ja der, den wir eigentlich beim Kämpfen hier schon mit dem Katana kennen. Das ist ganz cool. Ähm, ich bin überzeugt, dass der ein oder andere sagen wird, Nee, nee, ich bleib bei meiner Seth-Keule. Aber wie geht das, habe ich ja vorher schon gesagt, völlig in Ordnung. Aber mich wird trotzdem mal eure Meinung dazu interessieren. Und, ähm, Kommentare gebettelt nach dem Daumen nach oben. Jetzt kommt die zweite Battle-Orgie, Abo. Wenn ihr noch nicht zu den über 1250 Abonnenten gehört, könnt ihr euch ja überlegen, diesen Kanal zu abonnieren. Daumen nach oben. Und das Abo hilft mir im YouTube-Algorithmus nach oben zu krapseln, damit meine Videos mehr Leuten vorgestellt werden, was ich natürlich gerne hätte. Weil die, die dann vielleicht wiederum gut finden und wieder, ihr merkt's, das ist dann, ähm, eine, ein, 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 ein Selbstläufer hoffentlich. Man weiß es nicht. Ja, also Battlen abgeschlossen. Ja, dann kommt der Hinweis, wenn ihr Mods in Aktion sehen wollt, dann könnt ihr gerne meine anderen Gameplays anschauen oder meine anderen Serien-Playlists anschauen. Ich habe ein, äh, Playlist jetzt hier, äh, Age of War, Kapitel 4. Da unterscheide ich nicht mehr zwischen iOS, also Sipta, Isle of Sipta und, äh, Excited Lands, Land der Verbanden. Das ist in einer Playlist zusammen. Ich habe noch eine Playlist, da war ich schon länger nicht mehr unterwegs. Äh, Savage Viles. Ich glaube, die ist auch recht schön. Und da seht ihr eben viele Mods im Einsatz. Entweder wirklich optisch herausstechen durch Rüstungen oder Waffen oder was auch immer oder Funktionen. Und natürlich auch einige im Hintergrund. Also da könnt ihr gerne mal reinschauen und sehen, dass das Ganze sehr, sehr, sehr stabil läuft. Und das, obwohl wir auf allen drei Serien von Roundabout um die 50 Mods jeweils aktiv haben. Aber viele davon klein, aber fein. Das ist das, was ich immer sage, ja. Jo, und ansonsten wäre es toll, wenn ihr einfach in der nächsten Folge wieder mit dabei werdet. Hier bei Cronen Exiles. Mods kurz vorgestellt. Bis dahin, macht's gut. Tschüss zusammen. Passt auf euch auf. Und immer schön gesund bleiben. Bye.